Zwei Jungen, beide durchbohrt, von einer Klinge aus Kupfer und Zinn. Drei Stunden brauchen, bis sie verbluten, bei einer Außentemperatur von 30 Grad Celsius. Wer ist dann diese Frau? Antigone, bitte komm sofort her, ich brauche dich. Ich verstehe nicht richtig, was ist Gerechtigkeit? Da sind hunderte von denen. Tausende. Antigone, du schaust auf mehr als 10.000 Mann. Jetzt legen sie ihre Rüstung an. Bleiben wir hier alle zusammen weiter eingepfercht und bieten ihnen unsere bedingungslose Kapitulation an? Wir beschlossen, dass mein Bruder Thieb für ein Jahr regieren sollte und wenn dieses Jahr vorüber wäre, ich zurückkomme und übernehmen würde. Diese beiden Jungen werden einander töten, Creon. Sie selbst sind der Knoten. Und ihre Armeen werden einander niederwalzen. Die Wiese mit ihren Hirnen und abgehackten Körperteilen tränken. Und die ganze Stadt wird zerstört werden. Es sei denn, du beherzigst meinen Rat. Ein Menschenopfer für das Gemeinwohl. Stürmt die Tore. Brennt die Tore nieder. Verbrennt sie bei den Bänkigen Bleiben. Tötet sie. Entste? indict feindlich? Bis zum nächsten Mal.